Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie bleiben im Raum, Keitel, Josef, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl, der Feindler ist ein Befehl, der Feindler ist ein Haufen niederstreitiger Freunde oder Feindlinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich sage Feindlinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist ein Gesmoß des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademieen zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer gabel hält! Jahrelang hat das Militärmeleaktion nur behindert! Es hat mit denen nur festigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kump daran getan, von der anderen allerhöheren Offiziere nicht geteilt zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus Mischendes Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!